Vielen Dank. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben ja eine zweitägige Sitzung des Parteivorstandes und wir haben uns, dazu werden aber Herr Höhn und Herr Gallert genaueres sagen, mit dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt beschäftigt. Wir sind sehr froh und zufrieden mit diesem Wahlergebnis. Wir haben ja unseren Stimmenanteil in absoluten Zahlen verstärken können. Wir haben auch eine größere Fraktion als vorher und wir betrachten das auch als eine gute Ausgangsbasis für die Wahlen am nächsten Sonntag in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und nicht zu vergessen auch in Hessen, wo es Kommunalwahlen gibt und noch diese Volksabstimmung über die Schuldenbremse. Aber trotz der ausführlichen Diskussion über dieses Wahlergebnis haben wir uns natürlich im Vorstand auch mit aktuellen politischen Themen, die über die Bundesrepublik hinausgehen, beschäftigt. Sie wissen ja, dass wir als Linke den Militäreinsatz, den Luftgegen über Libyen ablehnen. Wir haben uns dazu einerseits ausführlich im Deutschen Bundestag geäußert. Wir haben gestern vor dem Brandenburger Tor eine Mahnwache organisiert und gemeinsam mit Berlinerinnen und Berlinern und Gästen der Stadt unseren Willen zum Ausdruck gebracht, dass wir die Bundesregierung auffordern, alles zu tun, um diesen Konflikt friedlich zu lösen. Der Schritt der Bundesregierung, sich im Sicherheitsrat der Stimme zu enthalten, war richtig, dieser Resolution nicht zuzustimmen. Aber nun muss natürlich der zweite Schritt folgen. Frau Merkel und ihr Außenminister Guido Westerwelle müssen alles tun, damit diese kriegerischen Handlungen sofort beendet werden. Und wir fordern die Bundesregierung auf, sich an die Verbündeten zu wenden, insbesondere natürlich an Präsident Obama und an Nicolas Sarkozy, die sich hier ja insbesondere Sarkozy hervorgetan haben. Wir vertreten die Position, dass mit kriegerischen Mitteln keine Konflikte gelöst werden können, dass der Druck auf Gaddafi auf andere Art und Weise konsequent umgesetzt werden muss. Und darum sollte man nicht nur über Embargos reden. Wir brauchen ein konsequentes Waffenembargo. Wir brauchen ein unbefristetes Verbot von Waffenexporten in den gesamten Nahen Osten. Und wir brauchen wirksame politische, ökonomische und wirtschaftliche Verhandlungen, die dazu führen, dass Gaddafi gezwungen wird, den Krieg gegen sein eigenes Volk zu beenden. Die Linke will, dass die Bundesregierung alles tut, um einen Ausstieg aus der Spirale der Gewalt zu erreichen. Denn wir haben gesehen in Afghanistan und in anderen Ländern, es ist nicht möglich, mit Krieg Frieden zu schaffen. Und wir brauchen die Linke, die wir in der Spirale der Gewalt zu machen.